Ich bin von nicht zu langer Zeit geboren, in einer kleinen, klatschbeflissenen Stadt, die eine Kirche, zwei bis drei Doktoren und eine große Ehrenanstalt hat. Mein meistgesprochenes Wort als Kind war, nein, ich war kein einwandfreies Mutterglück und denke ich an jede Zeit zurück, ich möchte nicht mein Kind gewesen sein. Im letzten Weltkrieg kam ich in die achte Gemeindeschule zu Herrn Rektor bei. Ich war schon zwölf, als ich noch immer dachte, dass, wenn die Kriege aus sind, Frieden sei. Zwei Oberlehrer fanden mich begabt, weshalb sie mich zwecks Bildung bald entfernten. Doch was wir auf der Hohenschule lernten, ein Wort wie Abbau haben wir nicht gehabt. Beim Abgang sprach der Lehrer von den Nöten der Jugend und vom ethischen Niveau. Es ließ, wir sollten jetzt ins Leben treten. Ich aber leider frag nur ins Büro. Achtstunden bin ich dienstlich angestellt und nur eine schlecht bezahlte Pflicht. Am Abend schreibe ich manchmal ein Gedicht, mein Vater meint, das habe noch gefehlt. Bei schönem Wetter reise ich ein Stück per Bleistift auf der bunten Nenderkarte. An stillen Regentagen aber warte ich manchmal auf das sogenannte Glück. Untertitelung des ZDF für funk, 2017